Moin Pyros! Heute haben wir mal von Funke die Nebelschlag in P1. Gibt es in fünf Farben. Wir haben hier die blaue jetzt als Beispiel. 120 Dezibel sollen die haben, vom Abstand von 25 Meter und 11,1 Gramm NEM. Aus 2016 sind die noch. Wir haben die hier schon ein paar Jahre liegen gehabt. Mal schauen wie die sind. So jetzt kommen die Funke Nebelschlag. Das war jetzt der grüne. Brachial, Alter. Die sind ja richtig gut. Alter Schwede, ja. Die machen wir, Alter. Ja, Pyrus, was soll ich sagen? Die könnt ihr auf jeden Fall nicht überall zünden. Ho, 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 ho.